Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Gratwald und zwar hier oben, ein bisschen westlich vom Wegschrein des Tempels von Eldenwurz und da werden wir jetzt die Quest Phantomschuld annehmen, vorausgesetzt wir finden den Questgeber. Der soll irgendwo hier um die Ecke stehen. Ach, das ist ein Affe, ich wollte gerade sagen. Oder er hängt hier um die Ecke, das kann natürlich auch sein. Hier hängt ein Skelett, dem die Vögel das Fleisch von den Knochen gepickt haben. Dem Zustand des Seils nachzuurteilen ist diese Person erst vor relativ kurzer Zeit gestorben. Das einzig Bemerkenswerte an dem Toten ist ein sonderbar leuchtendes Objekt. Das nehmen wir, wobei ich dazu sagen muss, es ist ein Skelett, also vor relativ kurzer Zeit gestorben. Da waren die Vögel aber fleißig. Sagen wir es mal so. Phantomschuld. Es tut mir leid, es tut mir leid, falls euch das nervt, aber wir haben ja eine Pinterest-Seite und da ist es natürlich... Ja, ich mach's mal mit dem Ding drin. Da ist es natürlich wunderbar, wenn wir da mal eben ein Bild von machen können. Ich find das nämlich nie wieder hier. Da hinten liegt was. Ja, das können wir nicht nehmen. Okay. Ein Tagebuch. Geht zum Friedhof in Narrengold. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Tag 30, ich bin ein Monster und verdiene es nicht zu leben. Okay, das lässt auf eine interessante Geschichte... Ja, bitte? Deutet auf eine interessante Geschichte hin, wollte ich gerade sagen. Ähm. Ich sehe ein Zeichen. Ach, hier hinten. Geht zum Friedhof von Narrengold. Da ist es. Okay, dann versuchen wir das mal. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder hochkomme. Ah doch, hier ist der Weg, der führt aber in die falsche Richtung. Dann müssen wir erstmal... Hier wieder hoch. Im Halsbrut? Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ne, hier müssen wir gar nicht hoch. Das war doch der richtige Weg. Ach mein Gott, wir sind heute... Also ich bin heute mal wieder total verwirrt. Oh, ich gehe auch gerne mal hier unten gucken. Da ist nämlich ein Zutsche-Portal. Das werde ich natürlich nicht liegen lassen. Kommen dann so schöne Dinge bei rum, wie zum Beispiel die Heilskette vom Pakt. Die ich eventuell noch nicht hatte. Ich bin mir nicht sicher. Mit dem? Ah doch, mit dem hatte ich es schon. Na gut. Ist natürlich immer random, was man bekommt. Deswegen kann man das nicht vorhersehen. Da lag noch Erz, aber das soll uns jetzt nicht kümmern. Irgendwo hier vorne soll nämlich eigentlich der Friedhof sein. Ähm. Ja, kein Thema. Gesundheit-Teso. Also ich hatte es hier bisher noch nicht, dass hier das Bild neu geladen werden musste. Das ist mir in der Tat neu. Das habe ich schon mal in ein oder zwei anderen Stellen gehabt, aber hier definitiv nicht. Das kann sein. Ich habe schon sehr viele Leute getötet. Leser H. Geliebter von Azabesh. Sein Lachen erfüllte den Wald. Tod aber nicht vergessen. Entschuldigung. Kanntet ihr meinen Ehemann? Eine Org? Was bringt euch ans Grab meines Ehemanns? Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Nein, ich habe gehört, er wäre plötzlich gestorben. Was ist geschehen? Mein Mann war eine Wache für eine Händlerkarawane. Eines Tages fand er bei einem Toten auf der Straße ein magisches Amulett. Fast über Nacht erfasste ihn eine tiefe Niedergeschlagenheit. Und wenn er überhaupt sprach, dann nur über all die Banditen, die er bei der Verteidigung der Karawane getötet hatte. Gab es irgendetwas, das ihm geholfen hat? Nein, nichts hat gewirkt. Ich habe sogar eigens dafür bezahlt, mir die Herkunft des Amuletts weissagen zu lassen. Dabei erfuhr ich, dass es in Korberg hergestellt worden war. Überraschenderweise wollte mein Mann sogar freiwillig dort hingehen. Doch am nächsten Tag fand man ihn tot, unweit der Stadt. Das Amulett war fort. Ich habe das Amulett gefunden. Wenn ihr das Amulett habt, würde ich vorschlagen, dass ihr nach einem Weg sucht, um es so schnell wie möglich loszuwerden. Bevor ihr den nötigen Willen verliert, es auch nur zu versuchen. Hat sich da einer vielleicht so ein bisschen bei Herr der Ringe Inspiration geholt? Gut, dann gehen wir mal nach Korberg, nehme ich mal an. Ja, genau. Da haben wir noch nicht alles erledigt, sehe ich gerade. Hatten wir da noch ein Quest? Also nicht, dass ich mich daran erinnere, obwohl doch, da war, glaube ich, noch eine in einem Berg oder sowas drin, ne? So, hier müssen wir einmal rum. Findet den Juwelier. Juwelier. Ich kann nicht mehr reden heute. Du bist, glaube ich, keiner, oder? Seid gegrüßt. Braucht ihr vielleicht etwas für eure Reisen? Ich mache immer gern Geschäfte mit Abenteurerinnen, wie ihr eine seid. Wisst ihr, wo ich in Korberg einen Juwelier finden kann? Es gibt eigentlich nur Ron drin, aber der ist schon eine Weile im Ruhestand. Gut. Und wo ist der? Kannst du mir das auch sagen? Ähm. Im linken, glaube ich, soll er sein. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ja. Einen Schlafplatz und was Kühles zu trinken, das wäre schön. Äh. Ach, da ist er doch. Hä? War der jetzt gerade auch da, oder ist er jetzt gerade gekommen? Bin ich blind? Habt ihr dieses Amulett gemacht? Oha. Was für ein Agonier. Der Brigant, der meinen Sohn getötet hat. Es brauchte all meine Ressourcen, um das Amulett anzufertigen und ihn aufzuspüren. Wisst ihr, ich bin kein sehr starker oder gewalttätiger Mann, aber ich beherrsche mein Handwerk. Dieses Amulett ist mein Meisterstück. Wie funktioniert es? Es verstärkt das Schuldgefühl, wenn man ein Leben genommen hat. Und der Träger wird nach und nach so sehr von Trauer übermannt, dass er sich selbst das Leben nimmt. Es hat beinahe etwas Poetisches, ohne mich zu sehr lüben zu wollen. Weil es schon so lange her ist, begann ich bereits daran zu zweifeln, dass es Wirkung gezeigt hat. Ich habe es nicht an einem Agonier gefunden. Was? Das kann nicht sein. Ihr lügt. Der Agonier hat euch geschickt, nicht wahr? Er ist gar nicht tot, oder? Ich habe dieses Tagebuch beim Amulett gefunden. Lars, das ist nicht richtig. Diese Person hatte den Tod ganz offensichtlich nicht verdient. Was habe ich getan? Dann gebt mir das Amulett. Ich habe es eigentlich zwar unmöglich gemacht, von ihm abzulassen, aber ich habe es erschaffen. Und deshalb solltet ihr es an mich aushändigen können. Hier, nehmt es. Ich danke euch, dass ihr mir etwas über den Mörder meines Sohnes erzählt habt. Ich weiß, was ich jetzt tun muss. Das befürchte ich auch. Was meint ihr? Jetzt bin ich an der Reihe, das Amulett zu tragen. Wenn jemand schuldig ist, wenn jemand es wirklich verdient hat, so bin ich das. Ja, es ist schiefgelaufen und nein, das war sicher auch nicht richtig, was er getan hat. Aber wenn ihr das so wollt. Warum habt ihr das getan? Ich habe diesen abscheulichen Gegenstand erschaffen. Es ist nur passend, dass ich von ihm vernichtet werde. Das wäre Gerechtigkeit. Jemand anderes könnte es aufsammeln. Ihr solltet es vernichten. Oh, ihr Götter. Wie konnte ich nur so blind sein? Meine Rache hat nur noch mehr Schmerz in diese Welt gebracht. Ich schätze, der Tod ist nur ein schlechter Ersatz für Gerechtigkeit. Ihr habt recht. Ich muss diese Spirale des Grauens durchbrechen. Ich muss das Amulett vernichten. Werft es ins Feuer. In Ordnung. Erlebt die Vernichtung mit, okay? Was macht er? Nie wieder! Ernsthaft jetzt? Mit ein paar Hammerschlägen geht das kaputt? Es ist geschafft. Niemand soll je wieder durch diese verfluchte Kreation leiden. Kommt ihr wieder in Ordnung? Niemand soll mehr unter meiner eigenen Torheit leiden. Vielen Dank. Und nehmt bitte dies für eure Mühen. Und wir erhalten einen kräftigenden Ring in grün ohne Set. Ja. Das war auf jeden Fall noch mal eine kurze Quest. Dann schaue ich mal, was ich noch für eine Quest hier finden kann. Und schalt euch dann gleich wieder hinzu. So, hier vorne soll noch eine Quest sein. Da ist sie. Der Wald singt für mich. Aber es ist ein Lied der Trauer. Dagegen muss etwas getan werden. Das Holz weint. Könnt ihr es auch hören? Seid ihr deshalb gekommen? Was meint ihr? Man sagt, die Zeit teile alle Wunden. Das ist selbst in Wallenwald wahr. Und doch sind manche Wunden schwerer als andere. Und wenn man sie schweren lässt, bringen sie unweigerlich den Tod. Die Ruinen von Gilvartal haben auf diese Weise gelitten. Und das Mal, das auf ihnen lastet, ist eines von Zerfall und Verwesung. Ihr glaubt, dass man etwas dagegen tun kann? Jeden Tag nehme ich ein Gefäß mit Wasser, das in diesem Schrein gesegnet wurde. Und nähere damit jene Ströme, die in dieses verfinsterte Tal hinabfließen. Ihre Kraft wird den Boden dort daran erinnern, was er einst war. Doch mein Leib wird im Alter schwächer. Auch wenn meine Entschlossenheit ungebrochen bleibt. Werdet ihr mir helfen? Ich werde tun, was ich kann. Hab Dank. Nehmt diese Fiole und füllt sie mit Wasser aus diesem Becken. Das Wasser muss von dem entnommen werden, der es trägt. Begebt euch dann zu den Wasserfällen, die nach Gilvartal fließen. Und gießt etwas an jedem Kamm aus. Die Natur wird den Rest erledigen. Ihr habt das die ganze Zeit über alleine gemacht? Mein Sohn Ertonor hilft mir dabei, mich um den Schrein zu kümmern. Aber er ist jung und hat noch viele Flausen im Kopf. Er ist mehr daran interessiert, Mädchen nachzustellen und Tiere zu jagen, anstatt sich der Sorgen einer alten Frau wie mir anzunehmen. Doch er hat ein gutes Herz und mir liegt viel an ihm. Ich gebe ihm keine Schuld. Nun gut. So, wir müssen da runter. Ich glaube, dann ist es am besten, wenn ich dem Weg folge. Weil bevor ich mich da jetzt irgendwie verzettel und hier durchlaufe und dann doch irgendwie nicht mehr da hinkomme. Das wäre dann nicht so günstig. Schauen wir mal. Also ich denke mal, dass man da auch irgendwo runterspringen kann und so. Aber das sieht mir da auf der einen Seite sehr felsig aus. Deswegen nehme ich lieber so den Weg hier. Jetzt bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber egal. Die Richtung ist ja immer noch richtig. So, was spannend wird, ist der eine Punkt, der direkt in der Nähe von dem Boss ist. Guck ich jetzt noch mal hoch. Noch direkt zwei Sachen, die wir brauchen nebeneinander. Wolfsauge kann ich auch nie liegen lassen, weil... Äh... Was ist das hier? Ja. Weil ich damit nämlich meine Tränke mache. Nicht reines Wasser. Ich möchte eigentlich den Punkt erwischen, wo ich das reinmachen kann. Ah, jetzt. So, abgeschlossen. Und der Rest ist hier oben. Ja. Da können... Oha, da können wir hoch. Achso, das ist hier. Okay, dann können wir vorher mal eben... Kann man hier bestimmt auch besser amüsieren, oder? Oder auch nicht? Muss ich ins Wasser? Hier vorne. So. Hier da, Fremde. Warum seid ihr hier? Was geht dich das an? Wer seid ihr? Wo ist meine Mutter? Ach, das ist der Sohn. Sie bringt immer das Wasser zu diesen Wasserfällen. Sie hat mich um meine Hilfe gebeten. Oh, ich verstehe. Dann verzeiht bitte. Sie wollte mich auch dazu drängen, ihr zu helfen. Aber ich hielt das nur für ihr übliches Gemaule. Vielleicht braucht sie wirklich Hilfe. Ich sollte los und nach ihr sehen. Ihr habt meinen Dank für die Freundlichkeit, die ihr ihr erwiesen habt. Ich werde ihr sagen, dass ihr euer Wort gehalten habt. Das ist doch nett. Und wir haben sogar leichte, göttliche Schuhe bekommen ohne Set. Ja, jetzt habe ich es leider nicht mehr gesehen. Vielleicht habt ihr es noch mitbekommen. Ich hatte nämlich unten bei ihr auch nochmal so einen Punkt. Das heißt, theoretisch hätte ich, glaube ich, auch zurückgehen können und das dann bei ihr abgeben können. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendetwas ausgemacht hätte, dass das dann irgendeine andere Belohnung gebracht hätte oder so. Ich denke mal nicht. Aber ich meine, warum sollte man wieder zurücklaufen, wenn man das Ganze dann auch an den Zielort abgeben kann? Das ist natürlich immer noch am besten. Ja, dann würde ich sagen, damit das nicht zu viele Quests auf einmal sind, ist die Folge heute ein bisschen kürzer als sonst. Macht aber nichts. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, denke ich mal, oben bei den Ruinen unter Chorberg wieder. Ich vermute, dass die Quest ein bisschen länger ist. Deswegen möchte ich die gerne als nächstes machen. Ja, lasst gerne einen Like unten, Daumen... Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.